Heute möchte ich euch mal wieder von einer Frau berichten, die so viele Taten begangen hat, dass es eigentlich kaum vorstellbar ist. Darüber hinaus hat diese Frau sich Methoden bedient, die für Frauen, die morden, nicht wirklich üblich sind. Darüber hinaus hat sie eine Methode angewendet, die für Frauen, die morden, eigentlich nicht ganz üblich ist. Bitte lasst ein Like da und denkt daran, den Kanal zu abonnieren, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. Im Jahr 1859 wird Brünnhild Paulstadter Storset in Sord Rondelag in Norwegen geboren. Sie ist das jüngste von acht Kindern. Brünnhild beginnt im Alter von 14 Jahren auf umliegenden Bauernhöfen zu arbeiten und sie legt sich fast das gesamte Geld beiseite, denn sie möchte unbedingt nach Amerika gehen. Bereits im Alter von 18 erwartet sie ein Kind und zwar vermutlich vom Sohn ihres Arbeitgebers. Doch offenbar möchte er kein Kind mit Brünnhild. Sie erzählt, dass der Mann, also mutmaßlich der Farmers Sohn, sie zu Boden geworfen und ihr in den Unterleib getreten hat. Dies führt zu einer Fehlgeburt. 1881, im Alter von 22 Jahren, macht Brünnhild sich auf die lange geplante Reise nach Amerika. Als ihr Name auf der Einwandererbehörde aufgenommen wird, ändert sie ihren Vornamen in Bell. Zunächst geht sie nach Chicago, wo bereits ihre Schwester Nelly lebt und verheiratet ist. Bell bekommt eine Stelle als Haushälterin, doch wenig später fängt sie bei einem Metzger an, wo sie die Körper der Tiere ausnimmt. Im Jahr nach ihrer Ankunft in Chicago lernt sie Mats Dietlef Anton Sorensen kennen, den sie im Jahr 1884 heiratet. Die beiden betreiben einen Süßwarenladen, doch der Laden läuft nicht besonders gut und dann, eines Tages, steht er plötzlich in Flammen. Die Ursache für den Brand kann nicht gefunden werden und das Paar erhält eine ordentliche Summe von der Versicherung. Innerhalb der nächsten Jahre sterben dann zwei Babys in Bells Haushalt. Bell, die behauptet, dass es ihre eigenen Kinder Caroline und Axel waren und dass sie Erkrankungen gehabt hätten, erhält weder Geld von Versicherungen. Doch in beiden Fällen hatten ihre Nachbarn zuvor gar nicht gewusst, dass Bell schwanger gewesen ist. Man hätte nichts davon gesehen. Auch mit einem Baby ist Bell zuvor nie gesehen worden. Dann steht eines Tages auch noch plötzlich ihr eigenes Haus in Brand. Wieder gibt es keine erkennbare Ursache und wieder erhält das Ehepaar Geld von der Versicherung. In den Jahren darauf bekommt das Paar noch zwei Kinder, Myrtle und Lucy. Außerdem betreut Bell ein Mädchen, Jenny, das sie später adoptiert. Nach 16 Jahren Ehe im Jahr 1900 verstirbt plötzlich Mats, der Ehemann von Bell. Sie erklärt, dass er am 30. Juli mit schrecklichen Kopfschmerzen von der Arbeit gekommen sei und dass sie ihm ein damals gängiges Medikament gegeben hätte. Als sie einige Stunden später nach ihm gesehen hätte, sei er tot gewesen. Mats Arzt, der ihn bereits früher wegen Herzproblemen behandelt hatte, schätzt seinen Tod nicht als verdächtig ein. Doch interessanterweise hatte Mats gerade eine neue Lebensversicherung abgeschlossen, die am Tag seines Todes in Kraft getreten ist. Er hatte auch bereits zuvor eine Lebensversicherung und diese läuft exakt am 30. Juli aus. Bell kassiert also das Geld aus gleich zwei Lebensversicherungen. Sie erhält eine Summe von 8500 Dollar, damals eine große Summe Geld, die ausreicht, dass Bell Chicago verlassen und sich in Laporte in Indiana eine Schweinefarm kaufen kann. Dort heiratet sie im Jahr 1902 Peter Gannis, den sie bereits von früher kennt, aber den sie aufgrund ihrer unterschiedlichen Wohnorte lange nicht mehr gesehen hatte. Bell ist nun 43 Jahre alt. Peters Frau ist kurz zuvor verstorben und Peter hat eine kleine Tochter. Sie stirbt kurz nach Peters und Bells Hochzeit, während Bell sie beaufsichtigt. Auch Peter lebt nach seiner Eheschließung mit Bell nur noch acht Monate lang. Bell, die seinen eingeschlagenen Schädel erklären muss, behauptet, er hätte etwas von einem hohen Regal herunterholen wollen und dabei sei ihm ein Fleischwolf auf den Kopf gefallen. Der Gerichtsmediziner meldet, dass er den Todesfall für auffällig hält und dass er einen Mord für möglich hält. Bell wird einmal befragt und kann die Ermittler überzeugen, dass der Tod ihres Mannes tatsächlich ein Unfall war. Danach finden keine weiteren Ermittlungen mehr statt. Wenige Monate nach Peters Tod bekommt Bell ihren Sohn Philipp. Bell arbeitet hart auf ihrer Farm. Sie ist 1,75 Meter groß, für die damalige Zeit ziemlich beachtlich und außerdem von kräftiger Statur. Die Nachbarn sind es gewohnt, sie in Arbeitsoveralls auf ihren Feldern zu sehen. Nach dem Tod ihres zweiten Mannes fängt sie an, Heiratsgesuche in Zeitungen zu inserieren. Sie schreibt darin, dass eine attraktive, verwitwete Frau im Besitz einer großen Farm in einem der besten Bezirke Laportes nach einem Gentleman aus ähnlichen finanziellen Verhältnissen sucht, um sich zusammenzutun. Sie schreibt, dass sie nur Zuschriften von Männern erwartet, die nach einer Antwort ihrerseits zu einem persönlichen Besuch bereit sind. Im Jahr 1905 meldet sich Henry Gerhold, ein Farmhelfer aus Wisconsin, auf eine ihrer Anzeigen und reist kurz darauf zu ihr nach Laporte. Nachdem er bei Bell angekommen ist, schickt er einen Brief an seine Angehörigen in Wisconsin und erklärt darin, dass ihm Bells Farm und auch Bell sehr gut gefallen würden. Er kündigt an, dass er direkt bei ihr bleiben wird und bittet seine Familie darum, ihm Saatgut für Kartoffeln zu schicken. Dies machen seine Angehörigen, doch anschließend hören sie nichts mehr von Henry und beginnen sich Gedanken zu machen. Sie nehmen mit Bell Kontakt auf, die ihnen erzählt, dass Henry mit Pferdehändlern nach Chicago gegangen sei. Seitdem hätte sie auch nichts mehr von ihm gehört. Im nächsten Jahr reist ein weiterer Mann bei Bell an, den sie über eine ihrer Heiratsanzeigen kennengelernt hat, John Moe aus Minnesota. Er hebt eine große Geldsumme ab, als er in Laporte eingetroffen ist. Anschließend wird er nie wieder von jemandem gesehen. Ein Zimmermann, der in Bells Haus Ausbesserungsarbeiten vornimmt, sieht allerdings, dass Bell mehrere Koffer in ihrem Haus gelagert hat und einen davon erkennt er eindeutig als den Koffer wieder, mit dem John angereist ist. Doch es geschieht nichts, niemand ermittelt in Johns Verschwinden. Weitere Männer melden sich auf Bells Heiratsanzeigen. George Anderson aus Missouri hat Glück. Nachdem er sich auf ihre Anzeige meldet und von ihr auf ihre Farm eingeladen wird, wacht er eines Nachts auf. Bell steht über ihn gebeugt mit einer Kerze an seinem Bett und schaut ihn so finster an, dass er erschrickt und laut schreit. Bell verlässt sein Zimmer und Anderson, der überzeugt ist, dass Bell ihm etwas antun wollte, packt sofort seine Sachen und verlässt die Farm noch in der gleichen Nacht. Er ist der einzige Mann, der ihr davonkommt. Der verwitwete Ole Bitsberg erzählt seinen Söhnen gar nicht, dass er zu Bell reisen wird. Er wird allerdings in La Porta auf der Bank gesehen, wo er eine Hypothek auf sein Land in Wisconsin aufnimmt. Danach gibt es keine Spur mehr auf ihn. Wochen später erst finden seine Söhne heraus, dass er zu Bell Gannis reisen wollte und sie kontaktieren sie. Bell behauptet, dass Ole nie bei ihr eingetroffen sei. Dann im Jahr 1906 lebt Jenny, das Mädchen, das Bell adoptiert hatte, plötzlich nicht mehr bei ihr auf der Farm. Bell erklärt auf Nachfragen von Nachbarn, dass sie Jenny in die Obhut eines Ehepaares gegeben hätte, das mit ihr in eine andere Stadt gegangen sei. Im Jahr 1908 steht die Farm der nun 49 Jahre alten Bell Gannis plötzlich in Flammen. Ein Mann namens Joe Maxon, der kurz zuvor von Bell eingestellt wurde, um auf der Farm zu arbeiten, bemerkt das Feuer in der Nacht und beginnt sofort nach Bell und ihren Kindern zu rufen, doch er erhält keine Antwort. Im Haus werden die Überreste einer Frau und drei Kindern gefunden. Der Kopf der Frau fehlt, was eigentlich darauf schließen lässt, dass sie bereits vor dem Ausbruch des Feuers umgebracht wurde. Doch die Polizei geht davon aus, dass es sich um Bell sowie die Überreste ihrer drei Kinder handelt. Die Polizei beginnt, Bekannte von Bell zu befragen, um herauszufinden, ob Bell tatsächlich dem Feuer zum Opfer gefallen ist oder ob etwas anderes vorgefallen sein könnte. Das Gelände ihrer Farm wird jedoch zunächst nicht untersucht. Doch dann kommt doch noch alles ans Licht, was in den letzten Jahren dort vorgefallen ist. Ein Mann namens Asle Helgeljen hatte einen Brief von Bell Gannis an seinen verschwundenen Bruder Endro gefunden, in dem sie ihre große Freude zum Ausdruck bringt, dass er plant, zu ihr nach Laporte zu kommen. Immer wieder erwähnt sie, wie glücklich sie sich schätzt, ihn gefunden zu haben und dass sie seine Ankunft kaum erwarten könne. Asle sieht sich auf dem Grundstück der ausgebrannten Farm um und entdeckt, dass der Boden des Schweinstalles umgegraben wurde. Er beginnt dort zu graben und nach kurzer Zeit findet er einen Sack, in dem sich menschliche Hände und Füße befinden. Asle ist sich sicher, dass sie von seinem verschwundenen Bruder Endro sind. Er meldet sich sofort bei der Polizei, die dann bei weiteren Umgrabungen des Geländes die Überreste von etwa 40 weiteren Personen finden. Sie beginnen Ermittlungen und befragen die Familien von vermissten Männern, doch die meisten Personen, deren Überreste auf Bells Grundstück gefunden wurden, können nicht zweifelsfrei identifiziert werden. Lediglich die Identität von sieben Männern sowie Jenny, dem Mädchen, das Bell adoptiert hatte und die auch unter den Leichen ist, können mit Sicherheit bestätigt werden. Zwölf weitere vermisste Personen aus der Umgebung werden unter den Opfern vermutet. Darunter ein verschwundener Mann, dessen Pferd sich auf Bells Hof befindet, sowie das Ehepaar, das laut Bells Auskunft Jenny in seine Obhut genommen hatte. Um wen es sich bei den restlichen Personen handelt, bleibt völlig unklar. Ein Mann namens Ray Lempfier, ein Farmhelfer, der öfter für Bell gearbeitet hatte und auch ein Verhältnis mit ihr hatte, gesteht schließlich, in Bells Auftrag ihre Farm angezündet zu haben. Darüber hinaus berichtet er der Polizei, dass die verbrannten Überreste der Frau ohne Kopf nicht die von Bell gewesen seien. Sie sei eins ihrer Opfer gewesen und sei bewusst im Haus zurückgelassen worden, um den Eindruck zu vermitteln, dass Bell in dem Feuer gestorben sei. Der Grund, warum sie ihren Tod vortäuschen wollte, sei gewesen, dass ein Mann ihr einen Brief geschickt hätte, in dem er angekündigt hätte, bei ihr anzureisen, um sich nach seinem verschwundenen Bruder umzusehen. Bei diesem Mann hat es sich vermutlich um Asle Helgeljen gehandelt. Als Ray allerdings sein Geständnis zu Protokoll gibt, verändert er seine Geschichte. Nun behauptet er wieder, dass die Überreste der Frau im Haus doch die von Bell gewesen seien. Er sagt, dass er Bell und ihre drei Kinder mit einer Axt umgebracht und dann das Haus angezündet hätte, und zwar, da er neidisch auf die ganzen Männer gewesen sei, die Bell zu sich eingeladen hätte. Eigentlich hatte er darauf gehofft, dass sie ihn ehelichen würde. Ein Anwalt aus der Gegend behauptet, dass Bell ihn bereits einige Monate zuvor aufgesucht hätte, um ihr Testament niederschreiben zu lassen. Sie hätte ihm berichtet, dass ihr Angestellter, Ray Lampier, ihr damit gedroht hätte, ihre Farm anzuzünden und sie umzubringen. Mit der Polizei redet Bell jedoch nicht über ihre Befürchtung. In ihrem Testament hinterlässt sie ihre Farm ihren Kindern, die ja ebenfalls in dem Feuer gestorben sind. Ob es nun Bells Überreste waren oder ob sie ihren Tod tatsächlich vorgetäuscht hat, konnte nie abschließend geklärt werden. Der Gerichtsmediziner hält jedoch fest, dass die verbrannte Leiche ganze fünf Inch kleiner und fast 25 Kilo leichter gewesen sei als Bell Gunness. Einige Bekannte, die sie identifizieren sollen, sind ebenfalls der Ansicht, dass es sich nicht um Bell handelt. Doch ein Zahnarzt identifiziert eine Krone, die bei der Leiche entdeckt wird, als eine, die er für Bell angefertigt hat. Doch wie zuverlässig ist diese Krone als Identifizierung, wenn der Kopf der Leiche fehlte? Möglicherweise hatte Bell ihre Krone absichtlich entfernt und bei den Überresten einer anderen Frau zurückgelassen. Ray Lempher wird jedenfalls festgenommen und muss sich wegen des Mordes an der Familie Gunness verantworten. Er erhält eine Haftstrafe von 21 Jahren, doch er stirbt nur ein knappes Jahr später im Gefängnis an Tuberkulose. Ob er tatsächlich Bell und ihre Kinder umgebracht hat oder ob Bell selbst ihre Kinder umgebracht und ihre Farm angesteckt hat und davon gekommen ist, bleibt unklar. Ray Lempher hatte allerdings kurz vor seinem Tod mit einem Pastor gesprochen und ihm berichtet, dass Bell sich lebend aus dem Staub gemacht hätte. Er hätte jedoch über ihre Taten Bescheid gewusst und ihr geholfen, viele ihrer Opfer auf ihrem Grundstück zu vergraben. Er sagt, dass Bell ihren Opfern immer ein Beruhigungsmittel in ihre Getränke gegeben hätte und sie anschließend mit einem Beil angegriffen hat. Ihre Überreste hat sie dann zerteilt, zum Teil an die Hunde verfüttert und die Reste dann gelegentlich mit Rays Hilfe auf dem Grundstück vergraben. Ray erklärt sogar, wer die Frau war, die an Bells Stelle aufgefunden wurde. Bell hätte sie nur Tage vor dem Feuer unter dem Vorwand einer Anstellung als Haushälterin zu sich eingeladen. Die Frau sei aus Chicago gewesen. Bell hätte sie auf ihre bewährte Methode umgebracht, sie enthauptet und den Kopf in einen Sumpf geworfen. Dann hätte sie ihr ihre Kleidung angezogen, um den Anschein zu erwecken, dass es sich um sie selbst handelt. Laut Rays Auskunft hat Bell selbst ihre eigenen Kinder mit Chloroform betäubt und anschließend ihr Haus angesteckt. Ray behauptet, dass sie ihm eigentlich in Aussicht gestellt hätte, ihn auf ihrer Flucht mitzunehmen, doch nachdem sie das Feuer gelegt hat, hätte sie ihn am vereinbarten Treffpunkt stehen lassen, einen anderen Weg genommen und sich alleine aus dem Staub gemacht. Ihren ganzen Opfern soll sie laut Ray so viel Geld gestohlen haben, dass sie nach heutigem Standard mehrfache Millionärin gewesen wäre. Sollte dies stimmen, ist Bell also tatsächlich mit all ihren Taten davongekommen. Natürlich gibt es einige Spekulationen, ob Bell, falls sie tatsächlich noch lebte, weitere Taten begangen haben könnte. In den folgenden Jahrzehnten gibt es immer wieder Meldungen von Personen, die behaupten, Bell irgendwo in den USA gesehen zu haben. Keine dieser Meldungen kann bestätigt werden. Dann, im Februar 1931, werden in Los Angeles zwei Frauen festgenommen, Esther Carlson und Anna Erickson. Die beiden werden verdächtigt, einen Mann, den 82-jährigen August Lindstrom, vergiftet und umgebracht zu haben. Esther Carlson war seine Haushälterin, Anna Erickson seine Nachbarin. Während Anna bis zu ihrer Festnahme ebenfalls im Krankenhaus war, da sie auch Symptome einer Vergiftung zeigte, befindet die Haushälterin Esther Carlson sich aufgrund einer Tuberkulose-Erkrankung ebenfalls in Behandlung. Aufgrund ihrer starken Ähnlichkeit mit Bell Gunness gehen seit ihrer Festnahme Gerüchte herum, dass es sich bei Esther Carlson tatsächlich um Bell Gunness gehandelt hat. Die aus Norwegen stammende Bell wäre in diesem Jahr 71 Jahre alt gewesen. Esther, die angibt aus Schweden zu sein, behauptet, 62 Jahre alt zu sein. Sie hat Papiere, die ihre Einreise in die USA im Jahr 1892 bestätigen. Doch sind ihre Papiere echt? Bell Gunness ist bereits im Jahr 1881 eingereist, und zwar aus Norwegen und nicht aus Schweden. Nach Auskunft ihrer Nachbarin und mutmaßlichen Komplizin Anna Erickson ist bereits in den 1920ern ein Mann namens Ahlson verstorben, um den Esther Carlson sich gekümmert hatte. Im Jahr 1925 sei dann ihr Ehemann verstorben. Esther hat ein Foto in ihrem Besitz, das drei Kinder zeigt, obwohl sie selbst kinderlos ist. Eine Frau, die Bell Gunness und ihre Kinder persönlich kannte, ist sich absolut sicher, dass es sich bei den abgebildeten Kindern auf Esther Carlsons Foto um die Kinder von Bell Gunness handelt. Doch im Laufe der Jahre sind die Fotos in der Polizeiakte von Esther, darunter auch dieses Kinderfoto, durch zu starke Hitzeeinwirkungen zerstört worden. Es ist also nicht mehr vorhanden. Anhand der vorliegenden Informationen ist es nicht möglich zu sagen, ob Esther Carlson tatsächlich Bell Gunness gewesen sein könnte, doch die Ähnlichkeit ist schon groß. Anna Erickson glaubt, dass ihre eigenen Vergiftungssymptome darauf zurückzuführen sind, dass Esther sie nach ihrem ersten Verhör durch die Polizei betreffend des Todes von August Lindstrom vergiftet hat, als sie gemeinsam Kaffee getrunken haben. Esther Carlson stirbt nur drei Monate nach ihrer Festnahme an Tuberkulose, also bevor ihr Prozess beginnt. So kann sie selbst zu den Vermutungen, dass sie Bell Gunness gewesen sein könnte, nie befragt werden. Einige Personen aus La Porte, wo Bell ihre Farm hatte, sind sich absolut sicher, Esther Carlson auf Fotos als Bell Gunness erkannt zu haben. Leider ist Esthers Körpergröße nicht bekannt. Bell Gunness war ja 1,75 Meter und damit damals auffällig groß. Der Versuch im Jahr 2008, anhand einer DNA-Probe zu klären, ob es sich bei den im Haus gefundenen Überresten nun um Bells handelt oder nicht, scheitert, da das Material bereits zu alt ist und kein DNA-Profil mehr extrahiert werden kann. So bleibt das weitere Leben bzw. der Tod von Bell Gunness weiterhin ein Rätsel. Bell Gunness gilt jedenfalls bis heute als eine der Serienmörderinnen mit den meisten Opfern in den USA. Auch war ihre Methode, nämlich ihre Opfer mit einem Ball zu erschlagen, eher unkonventionell, da viele Frauen die Morden eher auf Methoden wie Gift zurückgreifen, da sie dabei nicht persönlich Hand anlegen müssen. Insofern ist der Fall von Bell Gunness in jeder Hinsicht besonders. Was denkt ihr, ist Bell von Ray Lempher umgebracht worden? Oder hat sie tatsächlich die Brandkatastrophe in ihrem Haus inszeniert, hat ihre eigenen Kinder umgebracht und ist geflüchtet und danach nicht wieder aufgefallen, bis sie im Jahr 1931 unter ihrer neuen Identität Esther Carlson verhaftet wurde? Was denkt ihr, lasst mir wie immer gerne eure Meinungen unten in den Kommentaren. Denkt auch daran, einen Daumen hoch da zu lassen, wenn euch das Video gefallen hat, dann kann es von mehr Leuten gesehen werden. Aktiviert auch noch die Glocke, dann werden euch meine neuen Videos meist vorgeschlagen. Falls ihr Lust auf noch mehr Kriminalfälle habt, schaut mal auf meinem Patreon vorbei oder denkt über eine Kanalmitgliedschaft nach. Vielen Dank fürs Anschauen, bis gleich! Werner das sama Untertitelung. BR 2018